Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren letzten Bild auf diesem Kanal. Das wird eine Speedbildfolge. Ja, wir sind hier in der Vampirstadt und ich habe jetzt was echt geiles vor. Und ja, wir werden Draculas Schloss bauen, eher gesagt, für Dracularen Häuschen. Und ja, wenn euch dieses Projekt gefällt, natürlich gibt es dazu auch noch eine Geschichte, was, dass wir Graf Dracula, also Wladimir, vom normalen Sim in einen richtigen Sim verwandeln, von einem richtigen Sim in einem Vampir-Sim verwandeln. Und ja, ich würde sagen, nicht lange schnacken, los geht's, viel Spaß beim Let's Speed. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Jetzt haben wir... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.